Musik Dunkel und unauffällig jagte das kleine Raumschiff durch das Sonnensystem. Aus der Nähe sah man, wie mitgenommen und ramponiert es war. Die Hülle war von kosmischer Strahlung aufgeraut, sie hatte von der Kollision mit winzigen Meteoren Beulen davongetragen und fremdartige Atmosphären hatten sie mit einer Patina überzogen. Die Komet war weit gereist. In ihrer Glanzzeit war sie bis zu den entferntesten Ufern der Unendlichkeit vorgedrungen. Sie hatte die vierköpfige Kuh auf eine Irrfahrt begleitet und am Ende stets sicher nach Hause getragen. Doch nicht einmal der Mann, der das Schiff in diesem Moment durch das unwohlvertraute Sonnensystem steuerte, hätte sich träumen lassen, dass es ihm gerade der erschütterndsten Erfahrung seines Lebens entgegentrug. Captain Future war bedrückt. Nicht von finsteren Vorahnungen, sondern von Schuldgefühlen. Sein angespanntes Gesicht und die Haltung seines schlanken Körpers verrieten große Besorgnis. Den roten Haarschopf nach vorn gebeugt, suchten seine grauen Augen unablässig die sonnendurchfluteten Weiten des Weltraums ab. Die Komet befand sich in der Umlaufbahn des Merkur. Der Himmelsausschnitt, der sich vor Future ausbreitete, wurde von der gewaltigen Masse der Sonne beherrscht. Vor ihm lag ein Universum aus Flammen, gekrönt von einem Strahlenkranz aus gleißendem Licht, der nach allen Seiten hin gewaltige Feuerarme ausstreckte, die an Tentakeln erinnerten. Future betrachtete konzentriert ein Gebiet am äußeren Rand der Umlaufbahn. Die Ungeduld, die ihn dazu getrieben hatte, das halbe Sonnensystem zu durchqueren, erreichte ihren Höhepunkt. Fast wütend rief er aus. Warum konnte Karlien sich nicht zurückhalten? Warum musste er unbedingt nach Vulkan reisen? Aus demselben Grund, aus dem du zu Andromeda geflogen bist. Er tönte eine präzise metallische Stimme hinter seiner Schulter. Der unstillbare Drang nach Wissen und Erkenntnissen hat ihn angetrieben. Er wäre nicht dort, wenn ich ihm nicht von Vulkan erzählt hätte. Simon, es ist meine Schuld. Captain Future musterte seinen Kameraden. Der Anblick des schmalen Metallkastens, der auf Traktor strahlende Rute, hatte für ihn nichts Befremdliches. In dem Kästchen war das lebende, von Serum genährte Gehirn von Simon Wright untergebracht, der den jungen Captain Future aufgezogen hatte, nachdem seine Eltern Elaine und Roger Newton auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen waren. Simon Wright nannte, ebenso wie Joan Lander, Future beim Vornamen. Kurtis. Wright, weil er, obwohl er zu keinem bekannten menschlichen Gefühlen mehr fähig war, tief in sich eine väterliche Liebe zu Future fühlte. Joan Lander tat es, weil sie Captain Future von ganzem Herzen liebte. Die betonische Stimme hatte Future die ersten Worte gelehrt und sein mikrofonisches Gehörsystem hatte seinen kindlichen Klagelauten gelauscht. Simon, was glaubst du? Ist Colin bereits tot? Spekulationen helfen uns nicht weiter, Kurtis. Wir können nur versuchen, ihn zu finden. Wir müssen ihn finden. Er hat uns immer beigestanden, wenn wir Hilfe brauchten und er war unser Freund. Freundschaft. Captain Future hatte so wenige Freunde unter den Menschen gehabt. Stets hatte ihm die Aura der Einsamkeit umgeben, das zwangsläufige Erbe einer seltsamen Kindheit. Bereits kurz nach der Geburt war er zum Waisen geworden. Seine Kindheit hatte er auf dem einsamen, menschenlosen Mond verbracht, nur in Gesellschaft der nichtmenschlichen Future-Crew. Nur wenige hatten seine Zurückhaltung zu durchbrechen vermocht. Philipp Carlin war einer von ihnen gewesen und nun war Carlin auf mysteriöse Weise verschwunden. Wäre ich nur nicht fort gewesen. Ich hätte ihn niemals gehen lassen. Carlin, der brillante Wissenschaftler, war aufgebrochen, um die Geheimnisse der fremden Welt im Inneren von Vulkan zu erforschen. Ein Planetoid, der von der Future-Crew entdeckt worden war. Carlin hatte eine Raumfähre mit hitzebeständiger Ausrüstung angeheuert und sich auf dem Sonnensatelliten absetzen lassen. Nach sechs Monaten sollte das Schiff zurückkehren und ihn nach Hause bringen. Doch als die Fähre erneut auf Vulkan gelandet war, hatte sie in der verfallenen Stadt, in der Carlin seine Forschungen betrieben hatte, keine Spur von ihm gefunden. Nach ergebnisloser Suche brachte sie schließlich die Nachricht von seinem Verschwinden zur Erde zurück. Von Carlins Expedition und seinem rätselhaften Schicksal erfuhr die Future-Crew jedoch erst, als sie aus Andromeda zurückkehrten. Und nun flog Captain Future mit Kurs auf Vulkan der Sonne entgegen, um das Rätsel von Carlins Schicksal zu lösen. Plötzlich waren durch das Schott der Brücke zwei Stimmen zu hören. Sie waren in einen lauten Wortwechsel verwickelt. Hört auf zu streiten, bringt lieber das Kühlsystem in Gang, oder wir werden hier alle gegrillt wie in einem Backofen. Die Tür öffnete sich lautlos und die übrigen Mitglieder des einzigartigen Quartetts stießen zu ihnen. Der eine von ihnen wirkte auf den ersten Blick vollkommen menschlich. Er hatte eine geschmeidige, schlanke Figur und scharf geschnitterne Gesichtszüge. Dennoch lauerte in dem spitzen Gesicht und den hellen, schämischen Augen etwas verstörend Fremdartiges. Ein Mensch ohne einer zu sein. Er schien seine Andersartigkeit mit Leichtigkeit zu ertragen. Doch Future war sich der Tatsache bewusst, dass Otto unter einer Einsamkeit litt, deren Ausmaß er sich nicht vorstellen konnte. Der Androide sagte ruhig, Keine Sorge, Future. Das Kühlaggregat arbeitet bereits. Er blickte durch das Fenster in den gleißenden Weltraum hinaus und schauderte. Mich macht es ebenfalls nervös, so nah an der Sonne zu kreuzen. Future nickte. Otto hatte recht. Das Risiko, das sie auf sich nahmen, wenn sie zwischen den Planeten, sogar zwischen den Sternen kreuzten, konnten sie einschätzen. Doch das Wagnis einzugehen, sich der Sonne zu nähern, war etwas vollkommen anderes. Nur Schiffe, die mit einem hitzebeständigen Kühlsystem ausgerüstet waren, wagten es, in die verbotene Zone vorzustoßen. Nur das vierte Mitglied der Future-Crew schien unbesorgt. Es trat an das Fenster und sein gewaltiger Metallkörper überragte sie alle. Dasselbe wissenschaftliche Genie, das den Androiden erschuf, hatte auch den menschenähnlichen Riesen aus Metall konstruiert. Während seine mentalen Fähigkeiten den Menschen ebenbürtig waren, verfügte er über eine Körperkraft, die unvorstellbar war. Greggs photoelektrische Augen funkelten in seinem Gesicht aus Metall. Unablässig musterten sie den wilden, aufgewühlten, sonnendurchfluteten Weltraum. Ich weiß nicht, warum ihr so nervös seid. Die Sonne macht mir überhaupt nichts aus. Greggs streckte seine gewaltigen, metallisch schimmernden Arme aus. Fühlt sich gut an. Gib nicht so an. Du wirst dir noch die Schaltkreise verkohlen. Und wir haben Wichtigeres zu tun, als deinen Metallkadaver durch die Entsorgungsschleuse zu schieben. Der Androide wandte sich an Captain Future. Habt ihr schon Kontakt zu Vulkan aufgenommen? Future schüttelte den Kopf. Noch nicht. Ein feiner Dunstschleier umgab das kleine, vorwärtsjagende Schiff. Das Kühlsystem hatte seine maximale Leistungskraft erreicht. Die entsetzliche Hitze der Sonne traf sie durch den Weltraum nur in Form von Strahlung. Die Dunstaura, die das Kühlsystem generierte, wirkte wie ein Schutzschild, das einen Großteil der Strahlungswärme ablenkte und zurückwarf. Future drückte einen Knopf. Ein weiterer Filter glitt über das Fenster. Doch trotz der Blenden drang die Sonnenwärme in das Schiff. Die Temperatur im Inneren der Komet stieg beständig an. Das Kühlsystem konnte nicht alle Strahlungswärme auffangen. Obwohl nur ein Bruchteil davon sie erreichte, genügte das, um die Brücke in einem Backofen zu verwandeln. Ehrfürchtiges Schweigen überkam die Future Crew, als sie den gewaltigen Stern betrachteten, der das gesamte Firmament erfüllt. Sie waren der Sonne schon einmal so nahe gewesen, doch die frühere Erfahrung minderte nicht die Wirkung, den der überwältigende Anblick jetzt auf sie hatte. Das wahre Wesen der Sonne erkannte man nur, wenn man ihr so nahe kam, dachte Future. Die Sonne erkannte die Sonne, wie sie wirklich war. Normalsterbliche hielten sie für eine wohltätige goldene Kugel am Himmel, die ihnen Wärme, Licht und Leben spendete. Doch hier draußen erkannte man die Sonne, wie sie wirklich war. Ein pulsierender, siedender Kern kosmischer Kraft. Völlig gleichgültig gegenüber den Aschesplittern, die ihre Planeten waren, und gegenüber den Staubkörnchen, die auf diesen Aschepartikeln ihr Leben fristeten. Aus dieser Entfernung konnten sie die gigantischen Feuerstürme, die über die Oberfläche des gewaltigen Himmelskörpers jagten, klar erkennen. Die gesamte Erde hätte man in einem der Flammenstrudel verschwinden lassen können, und die brennenden Geysire, die an den Rändern der Wirbel explodierten, hatten die Kraft, ganze Welten verdorren zu lassen. Captain Futures Gesicht war schweißüberströmt, und er kämpfte um jeden Atemzug. Die Temperatur, Otto? fragte er, ohne den Kopf zu wenden. Noch 50 Grad unter der Belastungsgrenze, und das Kühlsystem ist bereits voll aufgedreht. Wenn wir unseren Kurs falsch berechnet haben sollten. Das ist ausgeschlossen, sagte Captain Future bestimmt. Vulkan liegt direkt vor uns. Der seltsame Planetoid war nun als kleiner Punkt direkt neben der Sonne zu erkennen. Als Sonnensatellit war er eng verbunden mit dem gewaltigen Himmelskörper. Wenn das Kühlsystem auch nur für eine Minute versagte, würde das Metall aufweichen und schmelzen. Plötzlich hob Otto die Hand, zeigte nach vorn und rief, Seht, Sonnenkinder! Sie hatten bereits von den legendären Kindern der Sonne, den Eingeborenen von Vulkan, gehört. Einst hatten sie sogar aus großer Entfernung einen Blick auf eines von ihnen erhascht. Doch die beiden waren nicht so weit entfernt. Future, der seine Augen anstrengen musste, um trotz des blendenden Sonnenlichts etwas zu erkennen, konnte sie kaum sehen. Es waren zwei gleißende Irrlichter. Dann waren die beiden Lichtpunkte in dem Flimmern, das sie umgab, verschwunden. Ich denke noch immer, bemerkte Simon, dass es nur Flammenzungen aus brennendem Wasserstoff sind, die von der Sonne ausgestoßen und wieder in sie hineingesogen werden. Aber die Vulkanier berichten, dass sie gelegentlich Vulkan besuchen. Wie sollen Gasflammen dazu imstande sein? Captain Future hörte kaum, was sie sagten. Er steuerte die Komet bereits in einer engen Spirale, wie sie nur wenige Piloten riskiert hätten, um Vulkan herum. Mit gaulenden Bremsraketen jagte das Schiff im Tiefflug über die kleine Welt dahin. Die Hitze seines gigantischen Nachbarn sorgte dafür, dass die gesamte Oberfläche des Planetoiden aus halbgeschmolzenem Gestein bestand. Greg erspähte als erster, wonach sie suchten. Einen gähnenden Abgrund, der sich auf der Sonnenseite des Planeten befand. Captain Future ließ die Komet mit Hilfe der Kieldüsen über dem Spalt schweben. Der Schacht war der einzige Weg, der in den Hohlraum im Inneren des Sonnensatelliten führte. Der Tunnel mündete schließlich in eine große Höhle, die von dem Sonnenstrahl nur schwach erleuchtet wurde. Das Innere von Vulkan. Mann, bin ich froh, dass wir der Sonne entkommen sind. Wohin jetzt? Zu den Ruinen am Gelben See, oder? Die Future-Crew war schon einmal hier gewesen. Und dennoch erfüllte sie die merkwürdige Welt mit ehrfürchtigem Staunen, während die Komet tief über der Ebene im Inneren von Vulkan dahin glitt. Unter dem Rumpf des Schiffes zog sich die fremdartige Landschaft eines Farmdschungels dahin. Während das Schiff über dem Farmdschungel ihrem Bestimmungsort entgegen jagte, wurde Captain Future von einem Gefühl der Vergeblichkeit ergriffen. Monate waren vergangen, seitdem Philip Carlin verschwunden war, konnte der Wissenschaftler so lange allein in der gefahrenvollen Welt überlebt haben. Die Stadt, die zu ihren Füßen lag, war vom Fortschreiten der Zeit weitestgehend zerstört worden. Große Teile waren bereits vom Farmdschungel überwuchert. Nur einzelne Steinblöcke von gigantischen Ausmaßen hatten dem Wüten unzähliger Äonen widerstehen können. Die Komet landete auf geborstenem Pflaster. Die Future-Crew trat hinaus in die feuchtwarme Luft. Genau hier sollte die Raumfähre Carlin abholen. Aber er war nicht da. Captain Future sprach mit gedämpfter Stimme. Das düstere Schweigen dieser Monumente, die von vergangener Größe zeugten, lastete auf der Future-Crew wie ein düsteres Vermächtnis. Die gewaltigen Steintrümmer waren die einzigen Überreste des Alten Reiches, jener mächtigen Zivilisation der Milchstraße, die vor langer Zeit von der Menschheit erschaffen worden war. Auf vielen Welten und unter zahlreichen Sonnen waren Städte und Monumente errichtet worden, die später dem Verfall zum Opfer fielen. Manche hatten keine Spuren hinterlassen, sodass die Menschen keine Erinnerung mehr an sie besaßen, bis die Future-Crew begann, die Geschichte des Kosmos zu erforschen. Vor langer Zeit hatten die riesigen Schiffe des Reiches auf ihren Eroberungsfeldzügen sogar kleine Planeten wie den Hohlen Vulkan gesiedelt. Die Männer und Frauen, die über die Errungenschaften brillanter Wissenschaften verfügten und auf die stolzen Legenden siegreicher Eroberungskriege zurückblickten, hatten hier gelebt, geliebt und den Tod gefunden. Doch schließlich war das Reich untergegangen und die Nachfahren des Volkes, die hier noch lebten, waren nur noch Barbaren. Als erstes werden wir Kontakt zu den Vulkaniern aufnehmen, um herauszufinden, was sie über Karlin wissen. Greg, der inmitten der Ruinen stand, drehte seinen Metallkopf hin und her und ließ den Blick schweifen. Keine Spur von Ihnen! Wir werden als erstes hier nach Karlin suchen. Entschied Future. Das Quartett begann damit, die Ruinen zu durchkämmen. Als Future die Inschrift betrachtete, die in die verwitterten Steinblöcke eingemeißelt war, verstärkte sich das Gefühl beklemmender Düsternis, das er an diesem einstmals ruhmreichen Ort empfand. Er konnte die uralte Schrift lesen. Angesichts der stolzen Legenden vergangener Triumphe, die nun schon lange dem Vergessen anheimgefallen waren, überkam ihn große Trauer über diese größte aller galaktischen Tragödien, den Fall des Alten Reiches. Simons harsche metallische Stimme riss ihn aus seinen Überlegungen. Curtis, sieh mal hier! Captain Future ging zu der Stelle, über der das Gehirn neben einem der riesigen Monolithen schwebte. Hast du etwas gefunden, Simon? Schau dir diese Inschrift an. Sie bedient sich der alten Sprache, obwohl sie erst kürzlich eingemeißelt wurde. Futures Augen weiteten sich. Es stimmte. Ein paar Zentimeter über dem Boden waren auf dem Steinquader Worte in der alten Sprache zu lesen, die seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt wurde. Die Buchstaben waren ungelenk und kaum verwittert. Sie sind höchstens ein Jahr alt, sagte er. Sein Puls schlug plötzlich schneller. Simon, Carlin kannte die alte Sprache. Ich musste sie ihm beibringen. Erinnere dich. Du meinst, Carlin hat das geschrieben? Rief Otto aus. Captain Future las laut vor. An die Future Crew. Falls ihr jemals hierher kommt, ich habe ein unglaubliches Geheimnis entdeckt. Die wundersamste Lebensform, die je der Fantasie eines Menschen entsprungen ist. Die Folgen dieser Entdeckung sind so unerhört, dass ich selbst ihre Erforschung in die Hand nehmen werde. Wenn ich nicht zurückkehre, seid gewarnt. Die alte Zitadelle jenseits des Gürtels birgt den Schlüssel zu allem. Als das Echo von Futures Stimme verhalte, wechselte die Future Crew Blicke voller Sorge und Verwunderung. Im Dämmerlicht hingen die hageren Farne unbewegt über den zerborstenen Torbügen und zerfallenen Säulengängen. Irgendwo im Dschungel kreischte ein Tier. Es klang fast wie Gelächter. Schließlich brach Otto das Schweigen. Was könnte Karlin gefunden haben? Etwas, das ihn so sehr in Verzücken setzte, dass ihn dazu brachte, nicht zurück zur Erde zu fliegen, antwortete Captain Future langsam. Es war so bedeutsam, dass er fürchtete, jemand anderes könnte es ebenfalls entdecken. Deshalb hatte er es in der Sprache des Alten Reiches aufgeschrieben, derer niemand außer Simon und mir selbst mächtig ist. Simon sagte pragmatisch, Der Gürtel ist das Wort der Eingeborenen für den Streifen, der von dem Sonnenstrahl versenkt wird. Sollen wir das Schiff nehmen? Das Navigieren ist hier zu schwierig. Zum Gürtel ist es nicht weit. Greg knackte mit seinen gewaltigen Gliedmaßen aus Metall. Worauf hatten wir denn noch? Sie bahnten sich einen Weg durch den Dschungel. Future wusste, in welcher Richtung sich der Gürtel befand. Er wählte den Weg so, dass sie das Ende des Gürtels umrundeten. Wir werden verfolgt. Captain Future nickte. Simons mikrofonisches Gehör, das weit empfindlicher war als das menschliche Ohr, hatte ein schwaches Rascheln zwischen den Farnen vernommen. Als Future konzentriert lauschte, konnte auch er das Schleichen zahlloser nackter Füße hören. Die Verfolger bewegten sich mit großer Vorsicht. Ich verstehe das nicht. Die Vulkane waren Fremden immer freundlich gesonnen. Die Heimlichkeit... Sollen wir anhalten und sie zur Rede stellen? Fragte Otto. Nein, wir gehen weiter. Wir müssen die Festung finden, bevor die Dunkelheit da reinbricht. Aber seid vorsichtig. Ein Speer kann genauso tödlich sein wie ein Blaster. Nicht für mich, polterte Greg. Future hat nicht von dir gesprochen. Er meinte uns Menschen. Hör mal zu, du Plastikfatze. Ich bin mindestens doppelt so menschlich wie du. Es reicht, ging Future dazwischen. Ihr könnt ein anderes Mal streiten. Vielleicht fällt euch dann etwas neu sein. Schwarz verkohlte Erde, rauchende Felsen und gleichbleibende vom Boden abstrahlende Wärme zeugte von der fürchterlichen Hitze des einzelnen Sonnenstrahls, der jeden Tag über den Streifen Vegetation im Inneren von Vulkan hinweglitt. Sie überquerten das Ende des geschwärzten Streifens. Future und Otto hasteten eilig über das glühende Gestein, während Greg ungerührt weiter marschierte und Simon auf seinen Traktorstrahlen einfach darüber hinwegschwebte. Vor ihnen verlor sich der Farmschungel in einer olivgrünen Hügellandschaft und mit dem Fortschreiten der Abenddämmerung nahm auch die Dunkelheit zu. Fast sofort bemerkte Future die merkwürdige Erhebung an der Flanke des nächstgelegenen Hügels. Dort war frisch aufgeworfene Erde zu sehen, die auf einen Erdrutsch hindeutete. Simon, sieh dir den Erdrutsch dort mal genau an. Fällt dir etwas auf? Simon Wright schwebte neben ihm und seine Linsenaugen sondierten die dämmerige Hügelflanke. Ja, mit dem Umriss stimmt etwas nicht. Er ist auf keinen Fall natürlichen Ursprungs. Otto und Greg musterten nun ebenfalls den Erdhügel. Ich kann dort nichts Seltsames erkennen. Er bedeckt ein Gebäude, das an der Hügelseite steht. Beachte die Symmetrie. Sie ist auch noch unter der Erddecke sichtbar. Dort ist die zentrale Kruppel und sogar die beiden Seitenflügel sind zu sehen. In Ottos Augen blitzte es. Die Zitadelle, die Karlin erwähnt hat? Möglicherweise. Lasst uns einen Blick darauf werfen. Sie marschierten weiter. Innerhalb von kurzer Zeit kletterten sie den Hang hinauf zu dem Hügel frisch aufgewühlter Erde. Newton schaute zurück Richtung Dschungel. Niemand war ihnen über den kahlen Berghang gefolgt. Die riesigen Farne zogen sich weit über das Land hin und in der dämmerigen Ferne konnte er das lohfarbene Glühen des gelben Sees ausmachen. Im Dämmerlicht des Dschungels war der Gürtel noch immer zu sehen. Wie ein tiefschwarzer Fluss aus der Unterwelt erstreckte er sich zwischen den Fahnen. Auf der Seite des ebenholzfarbenen Streifens, auf der die Future-Crew sich nun befand, waren weder erhaltene Bauwerke noch Ruinen zu sehen. Das muss die Zitadelle sein, die Karlin gemeint hat. Offenbar hat es einen Erdrutsch gegeben, nachdem er hier war. Wir werden graben müssen, um hier hinein zu gelangen. Äh! Etwas leuchtete auf in der Dunkelheit und ein Zischen war zu hören. Captain Future wirbelte herum. Ein langer Speer steckte zitternd ein gutes Stück entfernt weiter unten im Berghang. Dachte ich mir doch, dass die Vulkane ja noch in der Nähe sind, brummte Otto. Future sagte gelassen, bleibt einfach ruhig stehen. Ich werde mit Ihnen reden. Daraufhin wandte er sich hangabwärts dem Fahndschungel zu. Er bediente sich der Sprache, die er bei seinem ersten Besuch auf dieser verlorenen Welt gelernt hatte. Der degenerierten Form der einstmals schönen Sprache des alten Reiches, die inzwischen genauso barbarisch geworden war, wie die, die sie benutzten. Zeigt euch, meine Brüder! Wir kommen als Freunde und wollen euch nichts Böses. In dem dichten Dschungel rührte sich nichts, sogar der Wind hatte sich gelegt. Future rief kein zweites Mal. Er wartete. Nach einiger Zeit trat ein Mann aus dem Dschungel. Er bewegte sich verstohlen und doch verriet seine Haltung einen fremdartigen, respektgebietenden Stolz. Er war in Gewänder aus hellem Leder gehüllt und seine Haut war genauso weiß wie sein ballendes Haar. Seine Augen schimmerten in der Farbe eines lichten Nebelschneiers. Bewaffnet war er nur mit Speer und Messer. In seiner Haltung, in der feinen Kopfform, konnte Future noch immer die Spuren des Erbes wahrnehmen, das dem Geschlecht des alten Reiches die Herrschaft über zwei Galaxien gesichert hatte. Es stimmte ihn traurig, dass ein Nachkomme des alten Volkes ihn mit dem scheuen, misstrauischen Blick eines wilden Tieres ansah. Erkennst du ihn nicht, Curtis? Natürlich, erwiderte Future. Und im Dialekt der Vulkania sagte er dann, Ist das Gedächtnis von K. so schwach, dass er seine Brüder nicht wiedererkennt? Sie hatten schon früher mit K. zu tun gehabt. Doch nun musterten die misstrauischen Katzenaugen sie ohne Wärme oder Herzlichkeit. K. erinnert sich an Flammenhaar. Hinter ihm sammelten sich seine Männer in Zweier- und Dreiergruppen. Sie alle waren von demselben hochgewachsenen Wuchs und dem schneeweißen Haar. K. sagte unvermittelt, Wir waren Freunde und Brüder. Und aus diesem Grund habe ich euch nicht angegriffen. Dies ist ein Heiliger, ein verbotener Ort. Verlasst ihn, solange ihr noch dazu in der Lage seid. Future antwortete mit fester Stimme. Wir können nicht von ihr weggehen. Wir suchen einen Freund, der nach Vulkan kam und nun verschwunden ist. Der Anführer der Vulkanier stieß einen langgezogenen, harschen Laut aus, woraufhin seine Männer ihre Spöre erhöhen und drohend schüttelten. Er hat den verbotenen Ort betreten und jetzt ist er fort. Fort? Du meinst, er ist tot? K.s Hände vollführten eine jahrtausendealte rituelle Geste. Future sah, dass sie zitterten. Der Vulkanier wandte sich um und zeigte auf dem verblassenden Sonnenstrahl, der für ihn das Symbol einer Gottheit war. Er ist dorthin gegangen. Er ist dem Lichtstrahl gefolgt. Er ist mit den Leuchtenden gegangen, mit jenen, die nicht zurückkehren. Ich verstehe den Sinn deiner Worte nicht, K. Liegt der Leichnam meines Freundes in dem Gebäude unter all dieser Erde verborgen? Was ist geschehen? Hör bitte auf, in Rätseln zu sprechen. Nein, ich habe bereits zu viel von verbotenen Dingen gesprochen. K. erhob seinen Speer. Geht jetzt. Geht. Ich habe nicht den Wunsch, euch zu töten. Du kannst uns nicht töten, K. Deine Speere reichen nicht weit genug und Greg würde eurem Angriff wie eine Mauerstand halten. Mit leiser Stimme sagte Future zu dem Roboter, Halte sie zurück, Greg. Sie können dich nicht verletzen und wir haben genug Zeit zum Graben. Greg bot einen furchterregenden Anblick. Seine riesige Gestalt zeichnete sich in der Abenddämmerung nur undeutlich ab, wie er schwerfällig den Hang hinunter polterte und sich den Vulkaniern näherte. Wir werden nicht gehen, ehe wir unseren Freund gefunden haben. K. schleuderte seinen Speer. Er landete nur zwei Schritte von Future entfernt. Die Vulkania wichen langsam vor dem näherkommenden Greg zurück. Der breitete die gewaltigen Arme aus und brüllte so ohrenbetäubend, dass der Boden unter seinen Füßen bebte. Dieser Angeber, dem macht das noch Spaß. In den Reihen der Eingeborenen breitete sich Unruhe aus. Einige vereinzelte Speere flogen zischend über den Berghang und ein paar der Speerspitzen aus Ozydian zersplitterten an Gregs Metallkörper. Greg lachte dröhnend. Er hob einen Felsbrocken auf, zerbrach ihn mit den Händen und warf die Splitter nach dem Vulkan. Ich fass es nicht. Mir wird schlecht. Plötzlich rief K. ihnen zu. Ihr werdet dem Fluch genauso zum Opfer fallen wie jener andere, der sich Zutritt verschafft hat. Auch ihr werdet dem Lichtstrahl folgen und der Menschheit für immer verloren gehen. Dann wandte er sich um und verschwand im Dschungel. Ich habe mir diesen Erdrutsch gründlich angesehen. Ich denke, dass die Eingeborenen ihn absichtlich verursacht haben, nachdem Carlin hineingegangen ist. Das ist gut möglich, stimmte Captain Future ihm zu. Ein Moment lang verharrte er, tief in Gedanken versunken. Dann sagte er, Dennoch frage ich mich, was kam mit die Leuchtenden, die nicht wiederkehren, meinte. Wahrscheinlich nur eine beschönigende Beschreibung für den Tod. Wir werden es erfahren, wenn wir einen Weg hineingefunden haben. Sie begannen erneut zu graben. Der letzte glimmende Streifen des Sonnenstrahls löste sich auf. Vollkommene Dunkelheit senkte sich auf die verborgene Welt von Vulkan herab. Future und Otto arbeiteten im Schein ihrer Gürtellampen. Schließlich stießen sie auf das massive Gemäuer des Bauwerks und die Arbeit schritt schneller voran. Nach ein paar Minuten rief Otto, Ich habe eine Öffnung gefunden. Sie warfen die behelfsmäßigen Schaufeln fort. Die lose Erde flog unter ihren Händen zur Seite und bald hatten sie den Sturz eines dreibögigen Fensters freigelegt. Nun war es einfach, in die Festung hineinzugelangen. Future betrat das Gebäude als erster. Eine große Menge Erde hatte sich den Weg durch die offenen Fensterbögen gebahnt, doch der größte Teil des obersten Stockwerks war frei davon. Der Schein der Lampen riss eine kreisförbig angeordnete Galerie aus der Finsternis, die sich bis weit hinauf in eine Kuppel empor schwang. Darunter lag ein runder, leerer Schacht. In der Festung herrschte Stille wie in einem Grab. Es roch nach jahrhundertealtem Staub und frisch aufgeworfener Erde. Schließlich gelangten sie in eine kleine Kammer. Sie hatte eine Außentür, eine massive, mit der Patina vieler Jahre überzogene Metalltür. Darüber war eine Inschrift in den Stein gemeißelt. Mit der Lampe beleuchtete Captain Future die Worte und dann las er sie langsam vor. Dies ist die Geburtsstätte der Kinder der Sonne. Staunend betraten sie den zentralen Raum der Zitadelle. In den tiefen Nischen auf der gegenüberliegenden Seite der gewölbten Wand befanden sich zwei identische Maschinen, die anders aussahen als alles, was er je zu Gesicht bekommen hatte. Ihre Sockel waren aus einem dunklen Metall, an dem die Zeit spurlos vorübergegangen war. Sie waren breit und niedrig und so geformt, dass ihre Mitte ein Podest bildete. Die beiden Sockel trugen zwei hochaufragende Spiralen, die aussahen wie Röhren aus Kristall. Das dunstige Licht in den Spiralen pulsierte und strahlte. Die eine erglühte in einem Farbton hellen Goldes, die andere schimmerte dunkler, in einem bläulichen Grün. Dem Bogen gegenüber, durch den sie den Raum betreten hatten, befand sich eine dritte Nische. Sie war kleiner und enthielt ein kompliziert wirkendes Arrangement von Instrumenten, das wie eine Steuertafel aussah. Die Geburtsstätte der Kinder der Sonne, sagte Otto leise. Sieh mal, Future, dort über den Nischen. Wieder las Captain Future mit lauter Stimme die Warnung, die tief in dem zeitlosen Stein eingemeißelt war. Ihr, die ihr die Schwelle des Portals überschreitet, seid gewarnt, denn der Tod ist der Preis für das ewige Leben. Über der Spule mit dem dunkleren Farbton stand Der Tod ist eine nach beiden Seiten offene Tür. Auf welcher Seite befindet sich das wahre Leben? Simon Wright hatte sich der Nische genähert, die im seltsamen Glanz des Sonnenlichts erstrahlte und schwebte über einem Häuflein hereingerieselter Erde. Curtis, ich glaube, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Future trat zurück. Er bückte sich, hob etwas auf und schüttelte die Erde ab, die es halb bedeckte. Er nickte schweigend und zeigte es Otto. Es war ein Overall aus reißfestem, synthetischem Material, voller Flecken und abgetragen. Auf das Schildchen, das im Kragen festgenäht war, war ein Name eingestickt. Philipp Carlin. Er war hier, Otto, aber was ist mit ihm geschehen? Warum sollte er sein Overall? Warte! Die scharfen Augen des Androiden hatten eine Gestalt unter der Erde ausgemacht, die vage menschenähnlich war. Gemeinsam schaufelten Future und er die Erde fort. Dann wechselten sie einen erleichterten Blick. Nur sein Rucksack und seine Decke. Und seine Stiefel. Ich verstehe das alles nicht. Auf seinen Kleidern ist keinerlei Blut zu sehen. Future blickte nun zu den Kristallspiralen hinüber, auf den einladenden, erhabenen Platz zwischen ihnen. Er war ihm so nahe, dass er ihn fast berühren konnte. An dieser Stelle hat er sich ausgezogen. Er ließ Kleider und Ausrüstung zurück und… Er hob den Blick zu der Inschrift und fügte leise hinzu. Phil Carlin ist durch das Portal gegangen, was auch immer es ist und wohin es auch führen mag. Ich stimme deiner Mutmaßung zu, Curtis. Ich schlage vor, dass er in Carlins Hinterlassenschaft nach Informationen sucht, die er über diesen Apparat und seinen Zweck gemacht hat. Es ist offensichtlich, dass er viele Monate geforscht hat und es erscheint unvermeidlich, dass er irgendwelche Aufzeichnungen hinterlassen hat. Simons Linsenaugen wanderten zu der schmalen Nische mit der rätselhaften Steuertafel. Seht, an den Wänden der Nische befinden sich zahlreiche Inschriften. Vermutlich sind das die Instruktionen zur Benutzung der Spiralen. Er hat diese Angaben bestimmt irgendwo übersetzt, um sie besser nachvollziehen zu können. Captain Future war bereits damit beschäftigt, Carlins Bündel zu durchsuchen. Hier ist es, sagte er und hob ein dickes Notizbuch in die Höhe. Leuchte mir mit deiner Lampe, Otto. Er blätterte mit dem Daumen schnell durch die Seiten, bis er die Passagen fand, auf die er gehofft und um die er gebeten hatte. Ein Abschnitt, dessen Überschrift in Carlins akribischer Handschrift lautete Übersetzung der Formelsammlung. Steuertafel. Umfangreich, kompliziert und mit vielen Anmerkungen von Carlin versehen. Es wird uns den Rest der Nacht kosten, das hier zu lesen und zu verstehen, aber es ist trotzdem ein Gottesgeschenk. Er setzte sich auf die Erde, das Buch geöffnet auf den Knien. Simon schwebte direkt über seiner Schulter. Binnen kurzer Zeit hatten sich beide in den Text vertieft. Durch die hohen Fenster hörte man weit entfernte Stimmen, die wie eine bittere Klage klangen. Captain Future schleuderte das Buch von sich, nachdem er es ausgelesen und herausgefunden hatte, was Carlin getan hatte. Er sprang auf und stellte fest, dass er am ganzen Leib zitterte und schweißgebadet war. Das ist schauderhaft, Simon. Wer könnte es verantworten, ein solches Experiment durchzuführen? Kein Wissen kann für sich selbst genommen unmoralisch sein. Nur die Anwendung, die es findet. Als die Wissenschaftler des Alten Reiches die Wirkung des Apparates erkannten, untersagten sie es, ihn zu benutzen. Carlin zitiert in dem Text eine Inschrift, die er in den Ruinen der Alten stattgefunden hat und die von diesem Verbot berichtet. Auch sagt er, dass er selbst es war, der das Siegel an der großen Tür erbrochen hat. Dieser Narr, dieser verrückte Narr! Er musterte die beiden glühenden Spiralen und dann schweifte sein Blick hinauf in die Kuppel. Er hat sich also verwandelt und ist dem Sonnenstrahl gefolgt. Die Eingeborenen waren zu Tode erschrocken, als sie sahen, was er getan hatte. Deshalb verursachten sie den Erdrutsch, um diesen Ort zu verschließen. Aber Carlin ist nicht zurückgekehrt. Nein, nein, das ist er nicht. Vielleicht hat ihn etwas daran gehindert. Die hellen Augen des Androiden beobachteten ihn. In was hat sich Carlin verwandelt? Captain Future drehte sich um und sagte langsam, Es ist eine schier unglaubliche Geschichte. Und doch hat Carlin jede Quelle festgehalten, die es in der Ruinenstadt dafür gibt. Er schwieg einen Moment, als suchte er nach einfachen Worten, in die er seine neu gewonnenen Erkenntnisse kleiden konnte. In jenen Tagen, als das Alte Reich noch herrschte, hegten die vulkanischen Gelehrten ein besonderes Interesse für die Sonne. Tatsächlich scheint Vulkan ursprünglich besiedelt worden zu sein, um als Vorposten für die Erforschung der physikalischen Gegebenheiten der Sonne zu dienen. Irgendwann im Verlauf dieser jahrhunderte währenden Forschungen über das Wesen der Sonne ist einer der Wissenschaftler auf ein Verfahren gestoßen, das es ermöglicht, die Substanz des menschlichen Körpers in so etwas wie Sonnenenergie zu verwandeln. In eine feste Struktur aus lebendiger Energie, die imstande ist, nach Belieben in den innersten Kern der Sonne vorzustoßen. Dieser Vorgang bedeutet nicht die Zerstörung des menschlichen Körpers, müsst ihr wissen, sondern nur die Umwandlung eines stofflichen Materiefeldes in ein analog funktionierendes Energiefeld. Wenn man den Prozess umkehrt, dann kann sich die Materie in ihre ursprüngliche Form zurückverwandeln. Die mentalen und sensorischen Zentren des Gehirns arbeiten auch nach der Transformation weiter. Das Denken und die Wahrnehmung verlaufen zwar in anderen Bahnen, bleiben aber unversehr. In der Geschichte der Menschheit hatte es niemals zuvor die Möglichkeit gegeben, die innersten Geheimnisse der Sonne zu ergründen. Die Erforschung der Sonne war jedoch überlebenswichtig für eine transgalaktische Zivilisation. Die Wissenschaftler betraten das Konversionsfeld und wurden so zu Kindern der Sonne. Otto stieß mit einem scharfen, zischenden Laut den Atem aus. Tschi, das ist also die Bedeutung der Inschrift und der alten Sage. Glaubst du wirklich, dass die kleinen Flämmchen, die wir gesehen haben, Menschen waren? Future antwortete nicht, sondern betrachtete die hochaufragenden goldenen Spiralen, in denen das Licht der Sonne selbst zu pulsieren schien. Simon jedoch sagte trocken, Kurtis hat euch nicht alles erzählt. Die Verlockung dieses fremdartigen Lebens in der Sonne war zu groß für viele von jenen, die verwandelt wurden. Sie kehrten nicht mehr zurück. Deshalb wurde der Gebrauch der Wandler verboten und dieses Laboratorium versiegelt, bis zu dem Augenblick, in dem Carlin kam und die Tür wieder öffnete. Und jetzt ist er dort draußen, sagte Captain Future, als spräche er mit sich selbst. Carlin hat sich verwandelt und ist zur Sonne geflogen und dann war er nicht mehr imstande, zurückzukehren. Er wandte sich plötzlich um und blickte ihnen in die Augen. In seinem gebräunten Gesicht stand Entschlossenheit. Und ich werde ihm folgen und ihn zurückholen. Nein! rief Otto aus. Future, du bist verrückt geworden. Das kannst du nicht tun. Carlin hat es getan. Ja, und jetzt ist er vielleicht tot. Oder Schlimmeres. Der Androide griff nach Futures Arm. Selbst wenn du ihm folgst, wie willst du ihn finden? Und angenommen, du hättest Erfolg und würdest ihn finden, wie willst du sicher sein, dass du zurückkehren kannst? Diese Maschinen sind uralt. Sie könnten versagen. Dieses eine Mal hat Otto recht mit jedem einzelnen Wort. Und auch ich muss den beiden zustimmen. Future, der Plan ist Wahnsinn. Und eine Dummheit noch dazu. Futures graue Augen waren so kalt und distanziert, dass Otto vor ihm zurückwich. Schiere Entschlossenheit hat er das Gesicht von Captain Future versteinern lassen. Carlin war unser Freund. Er hat zu uns gehalten, als wir ihn brauchten. Ich muss einfach nach ihm suchen. Also gut, Curtis. Aber du gehst nicht aus Freundschaft oder weil du Carlin retten willst. Du gehst, weil du gehen willst. Future warf Simon Wright einen scharfen, verärgerten Blick zu. Und vergiss nicht, wenn du nicht zurückkehrst, haben wir keine Möglichkeit, dir zu folgen. Urplötzlich war es still in dem Steingewölbe. Hoch oben tanzte ein Lichtstrahl durch das dreibögige Fenster, grausam und hell wie ein goldener Speer. Vulkan hatte sein Angesicht erneut der Sonne zugewandt und der Strahl näherte sich ihnen wieder. Ich werde zurückkommen, ich verspreche es euch. Jetzt kommt her und schaut euch die Schalltafel an. Mit düsterer Ergebenheit, sagte Simon. Deine Begeisterung für das Unbekannter musste dir irgendwann zum Verhängnis werden. Ich glaube, der Moment ist gekommen. Was lauerte dort draußen, in den sengenden, tosenden Stürmen der Sonnenwelt, dass jene, die sich dorthin wagten, nicht zurückkehrten? Captain Future dachte an die Inschriften, die über den Nischen angebracht waren und an Simons düstere Worte. Tief in seinem Inneren erschauderte er. Fast gewannen seine Zweifel Oberhand. Doch hoch über seinem Kopf funkelte der Sonnenstrahl durch das Fenster und wurde allmählich heller. Nichts konnte ihn mehr aufhalten, selbst wenn er es gewollt hätte. Begreift ihr es jetzt? Die Spiralen beziehen ihre Energie aus dem Magnetfeld von Vulkan, dessen Kraft gewaltig ist. Kein Wunder, es speist sich aus dem Magnetfeld der Sonne selbst. Aus diesem Grund versiegt der Energiefluss nie. Simon Wright sagte nichts. Er musterte Future mit schmerzlicher Konzentration. Future ging zum Wandler. Er stellte sich dorthin, wo auch Carlin gestanden haben musste, und legte seine Kleider ab. Er hielt kurz inne und betrachtete die großen Kristallspiralen, in denen goldenes Feuer loderte. Sein seniger, muskulöser Körper erbebte und in seinen Augen lag ein eigenartiger Glanz. Er trat auf das Podest zwischen den Spiralen. Eine lohe, goldfarbenen Lichts hüllte ihn ein. Die zurückbleibende Future-Crew sah er jetzt wie durch einen Vorhang aus Flammen. Ottos spitzes Gesicht, in dem sich Angst, Traurigkeit und so etwas wie Wut mischte. Der riesige Greg, der mit ausgestreckten Armen nach vorn gelehnt dastand und herzergreifend ratlos und besorgt wirkte. Simon, der auf seinen Traktorstrahlen schwebte und ihm gedankenverloren anstarrte. Dann gerann und verdichtete sich der Vorhang aus Licht, und seine Kameraden waren verschwunden. Future spürte die schrecklichen, verzweigten Energieströme, die von den beiden leuchtenden Spiralen ausgingen. Die komplexen Kraftfelder fuhren ihm durch Mark und Bein. Er wollte schreien. Für einen Moment, der ihm wie eine Ewigkeit vorkam, wurde ihm schwindelig. Er verspürte große Angst. Und er verwandelte sich, löste sich auf. Und dann war er frei. Das Innere der Zitadelle erschien ihm verschwommen und fremdartig. Da standen seine drei Freunde, die ihn schweigend musterten. Über seinem Kopf schwebte der helle, strahlende Lichtstreifen, der ihn anzog wie eine süße, lockende Stimme. Er sehnte sich danach, zu ihm aufzusteigen und gab schließlich der Verlockung nach. Obwohl der Schock der Verwandlung ihm noch in den Knochen steckte, erfüllte ihn die überraschende Leichtigkeit, mit der er dem Licht entgegenschwebte, mit Freude und Staunen. Er war kein Mensch mehr. Er war eine Flamme, ein Lichtkern, der vor Kraft vibrierte. Unermesslich stark, unermesslich frei. Frei, frei von all den plumpen Fesseln des Fleisches. Leicht, flink und unsterblich. Er flog hinauf zu dem Fenster mit den drei Rundbögen, das für ihn die Erlösung aus dem steinernen Gefängnis bedeutete. Blitzschnell glitt er an dem einfallenden Lichtstrahl entlang, der Freiheit entgegen. Raum und Zeit hatten keine Bedeutung mehr für ihn. Mit dem neuen merkwürdigen Wahrnehmungssinn, für den er keinen anderen Begriff als Sehen kannte, konzentrierte er sich auf den Sonnenstrahl, der eine schwarze Schneise durch das Land gebrannt hatte. Wie ein Schwimmer, der in einen lange gesuchten Strom eintaucht, so stürzte sich Captain Future in den Sonnenstrahl. Die seltsame Beschaffenheit seiner neuen Existenz schien sogar Kraft aus der Sonnenenergie zu ziehen. Das Energiefeld, aus dem sein Körper jetzt bestand, saugte die wogende Energie auf und wurde stärker. Er war nun ein Teil der unendlichen Weiten der elementaren Schöpfung. Ein Kind der Sonne, ein Bruder der Sterne. Er wollte sich frei im offenen Weltraum bewegen, einen Blick auf die ursprüngliche Pracht werfen, der er jetzt angehörte. Schwach wie der Widerhall einer weit zurückliegenden Vergangenheit, erinnerte er sich an Kars Worte. Er ist mit den Leuchtenden gegangen, mit jenen, die nicht zurückkehren. Das ganze Firmament stand in Flammen. Alles andere war ausgelöscht, vergessen. Die weit entfernten Sterne, die kleinen, von Menschen besiedelten Welten. Nichts mehr existierte, außer der stürmischen, feurigen Schönheit der Sonne. Den schattigen Vulkan hatte er hinter sich gelassen und jetzt befand er sich inmitten des gleißenden, zerstörerischen Lichts, der schieren Pracht des brennenden Sterns, der über alle Planeten herrschte. Zunächst war er rasend schnell vorwärtsgejagt, dann jedoch immer langsamer geworden, als ihm seine neuen, unerprobten Sinne die Herrlichkeit der Szenerie nahebrachten. Er fühlte den Ansturm des Energiestroms. Die auf ihn einstürzende Flut speiste sich direkt aus dem brodelnden Kessel sich auflösender Teilchen und reichte weit hinein in die unvorstellbaren Tiefen des Weltraums. Er spürte, wie die gewaltige Kraft an ihm zerrte. Partikel reiner Energie trafen in Milliarden heller, prickelnder Stöße auf das feinnervige Feuergeflecht seines neuen Körpers. Das fühlte sich wundervoll an und er nahm sie gierig in sich auf. Da wurde ihm bewusst, dass er die Sonne hören konnte. Nicht auf die Art, die er kannte, denn es existierte kein Medium, das die Schallwellen übertragen hätte. Es war eine subtilere Form des Hörens, das innere Pulsieren seines eigenen, neuen Seins. Und doch hörte er das wilde, pathetische Brausen des niemals endenden Tumults von Zerstörung und Wiedergeburt im Inneren der Sonne. Er hörte den fauchenden Schrei von Feuerzungen, die sich so hoch auftürmten, dass sie ganze Welten hätten verschlingen können. Er vernahm das dröhnende Grollen der Sonnenkontinente und der Ozeane aus Feuer, die sich ewig aus dem Mahlstrom von Energiepartikeln bildeten und dann zerfielen, nur um in veränderter Form wiedergeboren zu werden. Er beobachtete, wie die Sonne um ihre eigene Achse kreiste. Er verlor sich immer mehr im Wunder seiner neuen Existenz. Und allmählich ließ das Gefühl der Ehrfurcht nach. Die Kraft, die er nun spürte, schien daher zu rühren, dass er die letzten Fesseln der menschlichen Existenz abgestreift hatte. Er war nun vollkommen frei. Der Weltraum gehörte ihm. Die Sonne war sein. Leid, Angst oder Tod hatte er hinter sich gelassen. Er war so lebendig und unsterblich wie ein Stern. Er flog der Sonne entgegen und die schimmernden Schleier ihrer Corona hüllten ihn in einen herrlichen Nebel ein. Er hatte es nicht einig. Die Zeit hatte für ihn jede Bedeutung verlogen. Das zarte, kristalline Feuer der Nebel hier oben war unbeschreiblich schön. Er tändelte zwischen ihnen eine kleine goldene Flamme, die umherflatterte und ihre Kreise zog, gleich einem Vogel aus einer fremdartigen Fabelwelt. Er ließ sich in einen der plötzlich entstehenden Schlünde fallen und mit der Geschwindigkeit eines Lichtstrahls sank er unzählige Kilometer tief. Er ließ sich noch tiefer fallen und betrachtete die Oberfläche der Sonne. Aufruhr, Chaos, unvorstellbare Schönheit von äußerster Fremdartigkeit lag vor ihm. Gewaltige Wellenkämme, die Welten hätten verschlingen können, rasten alles vernichtend über die Oberfläche der Sonne hinweg, draußen nieder in wilden, donnernden Lawinen, spritzend, schäumend, gleißend hell, majestätischer als alles, was ein menschliches Auge jemals gesehen hatte. Er betrachtete das unglaubliche Schauspiel und spürte, wie jede Faser seines neuen Daseins erzitterte. Noch war er zu sehr ein Mensch, als dass er diese überirdische Welt ohne Staunen und Furcht hätte betrachten können. Zwei große Wellen, die mehrere tausend Kilometer hoch waren, türmten sich weiter auf und rasten über ein Tal, das größer war als die gesamte Erd. Dort, wo die Wellen aufeinandertrafen, wurde aus der flammenden Kollision eine riesige Säule, die emporwuchs in einem gewaltigen Flammenstrahl. Captain Future spürte, wie ihn der gigantische Strom erfasste. Er kämpfte dagegen an und stellte überrascht fest, dass er sich der Strömung widersetzen konnte. Er empfand Freude über seine neugewonnene Kraft. Ein ekstatisches Schaudern durchströmte ihn. Er ließ sich fallen und der Strom trug ihn wirbelnd in die Höhe. Geschwind wie das Licht glitt er durch die Chromosphäre, durch den Strahlenkranz in den leeren Weltraum hinaus. Von willender Freude erfüllt, ritt er auf dem Strahlen. Schließlich tauchte er wieder auf aus seiner Krone, jagte dahin in einer weitläufigen Kreisbewegung, erhaschte einen flüchtigen Blick auf ferne, lichtdurchflutete Welten. Bei ihrem Anblick erinnerte er sich plötzlich an seine Mission, an den Grund, weshalb er seine menschliche Existenz zurückgelassen, und diese ungewöhnliche Reise angetreten hatte. Ernüchtert tauchte er ein zweites Mal durch die blassen Nebelschleier und die purpurroten Strömungen. Hier hielt er, über der Photosphäre schwebend, Ausschau nach anderen seiner Art. Obwohl sich seine Suche über riesige Entfernungen erstreckte, begegnete er niemandem. Fürchterliche Einsamkeit überfiel ihn. Er flog in ein Sturmfeld, in dem die großen Wirbel der Sonnenflecken kreisten und brüllten, ein Mahlstrom aus elektronischen Strömungen. Er flüchtete vor ihnen, betäubt und aufgewühlt. Verzweifelt rief er nach seinem Freund. Carlin! Carlin! Wo bist du? Er schickte Botschaften aus, doch er bediente sich nicht seiner Stimme, sondern seines Geistes. Future schoss hin und her über den brennenden Ozean, durchquerte die weitläufigen Schlünde der Sonnenstürme. Carlin! Carlin! Da erhielt er eine Antwort. Ganz deutlich hörte er die Stimme in seinem Bewusstsein oder in jenem Teil seines neuen Seins, der fremde Gedanken wahrnehmen konnte. Wer ruft, kleiner Bruder? Er flog dem Fremden entgegen. Kreisend und tanzend wie zwei überirdische Schmetterlinge aus Feuer, schwebten sie über einem brennenden Strom, der über die Oberfläche der Sonne floss und sprachen miteinander. Bist du? Warst du Philipp Carlin? Philipp Carlin? Nein! Als Mensch war ich Tardes, der Hoffysiker von Ferroga, des Herrschers von Vulkan. Schweigen, nur unterbrochen von den hallenden Donnerschlägen der Sonne. Sag mir, kleiner Bruder, bist du neu hier? Ja. So kommen also immer noch neue Kinder der Sonne. Ist das Portal noch geöffnet? Es war viele Zeitalter verwaist und vergessen, doch dann wurde es von einem Freund wiederentdeckt. Er ist hierher gekommen. Kennst du ihn, Tardes? Weißt du etwas über Philipp Carlin? Nein! Meine Studien erfordern Einsamkeit. Wusstest du, kleiner Bruder, dass ich fast die Grenzen des reinen Denkens erreicht habe? Die hervorragendsten Wissenschaftler des Imperiums hielten das für unmöglich, doch es gelingt mir! Zwei kleine Feuersprenkel, emporgeworfen von den Sonnenwinden, tänzelten über dem Fluss aus Flammen. Was ist mit dem Reich und Vulkan? Fragte Tardis. Ist es verboten worden, das Portal zu benutzen? Haben unsere Wissenschaftler vergessen, wozu es diente? Es war verboten, und dann? Bedächtig erzählte er Tardis, wie das alte Reich an Macht verloren hatte, um schließlich unterzugehen, und wie seine in alle Himmelsrichtungen zerstreuten Untertanen in die Primitivität zurückgefallen waren. Er erzählte Tardis alles, was er wusste, und das meiste davon war bitter und traurig. Doch während er mit seiner Erzählung fortfuhr, wurde ihm klar, dass diese Dinge für den Fremden nicht mehr waren als ein Traumgespinst. Also existiert das alles nicht mehr. Die Sternenwelten, die Feldherren, die Herrscher über unzählige Planeten. Ja, so will es das Gesetz. Das wirst du hier lernen, kleiner Bruder. Du wirst sehen, wie sich der Kreislauf des Lebens, Geburt, Tod und Ewigkeit, unendlich wiederholt, hier im Herzen der Sonne. Sein geschmeidiger Körper begann zu verschwimmen. Er wollte weiterfliegen. Leb wohl, kleiner Bruder. Warte, warte, du verstehst nicht. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss meinen Freund finden und mit ihm zurückkehren. Zurückkehren? Ach, du bist noch neu. Ich erinnere mich, einmal habe auch ich den Versuch unternommen, zurückzugehen. Seine Gedanken schwiegen lange, und dann waren sie plötzlich wieder zu hören, von trauriger Heiterkeit erfüllt. Das kleine Sonnenkind, für das alles so neu ist. Komm mit, ich werde dir helfen, deinen Freund zu finden. Er führte ihn über die zerklüfteten, schwankenden Berge der Sonne, über die aufgepeitschten, siedenden Ozeane. Future folgte ihm, und Tardis rief nach den anderen. Plötzlich schossen zwei weitere Kinder der Sonne aus den Wolkenschleiern und gesellten sich zu ihnen. Tardis fragte sie, Kennt ihr einen von uns, der Karlin heißt? Er ist neu. Der eine verneinte, doch der andere antwortete, Ich kenne ihn. Er ist tief in das Feuer im Inneren der Sonne vorgedrungen, um dort ihr Leben zu erforschen. Ich werde dich zu ihm bringen. Komm! Die schaumgekrönten Wellen des Infernos griffen nach innen und begruben sie in den Untiefen eines rauchfarbenen Goldschleiers, der mit Sprenkeln und Fasern vielfarbigen Lichts durchzogen war. Sie flogen in eine Region mit stark verdichteter Materie und Future fühlte sich, als würde er versuchen, in aufgewühltem Wasser zu schwimmen. Während sie Schicht um Schicht tiefer unter die Oberfläche sanken, wurden die goldenen Schleier stiller, die funkenden Farben gedämpfter. Future schloss sich Tardis an und er fühlte, wie ihn angesichts der eigenen Stärke große Freude überkam. Der Goldton begann zu verblassen, zog die bunten Diamantsplitter zu sich heran und wurde heller und transparenter. Future bemerkte ein Glühen über seinem Kopf und das Feuer, das dort brannte, sah furchterregender aus als alles, was er jemals gesehen hatte. eine überirdische weiße Fläche, die ein so grelles Licht ausstrahlte, dass sogar er mit seinen neuen Sinnesorganen es kaum ertragen konnte. Die Energiestruktur seines Lichtkörpers wurde von gewaltigen Energiestößen erschüttert. Er hätte hier innegehalten, doch Tardis führte ihn immer weiter, hinein in den Glutofen im Kern der Sonne, mitten in ihr schlagendes Herz. Und dort befand sie Philipp Carlin, in andächtige Ehrfurcht gehüllt. In diesem Moment verschwendete Captain Future keinen weiteren Gedanken an Carlin. Die entsetzlichen Stimmen der Schöpfung bestürmten seine Sinne, benebelten und betäubten ihn. Auch er spürte, wie ihn kosmische Ehrfurcht ergriff. Vor seinen Augen toste und pulsierte der ewige Kreislauf explodierender Atome. Wasserstoff durchlief alle Stadien des Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus bis zum Endprodukt Helium und die verbleibende Energie bahnte sich in blinder Raserei ihren Weg nach außen. Future wurde sich der Gefahr bewusst, in der er sich befand. Er ahnte, dass es ihm unmöglich sein würde, diesen Ort wieder zu verlassen, wenn er zu lange verweilte. Er war ein Wissenschaftler und nirgendwo konnte er besser neues Wissen erlangen als hier. Er würde bleiben, berauscht von der Verlockung der Erkenntnis, fasziniert von der unerhörten Tatsache, dass Leben in diesem hochenergetischen Schmelztiegel existieren konnte. Er würde für immer bleiben, zusammen mit den anderen Kindern der Sonne. Und dann klang eine Stimme auf, süß und sanft, sein Herz berührend. Und während er verharrte, glaubte er, Joan zu hören, die zu ihm sagte, Warum zurückkehren? Warum nicht bleiben? Eine reine, ewig währende Flamme. Frei zu lernen. Frei zu leben. Er erinnerte sich an seine Freunde, die in der Zitadelle auf ihn warteten und an das Versprechen, das er ihnen gegeben hatte. Und er zwang sich mit großer Anstrengung, noch einmal zu sprechen. Carlin! Philipp Carlin! Das andere Sonnenkind regte sich und fragte, Wer ruft mich? Als Newton ihm antwortete, erwachte Carlins Geist aus seiner Verzückung und er erwiderte mit bewegter Stimme, Captain Future, du bist hier. Fast hatte ich dich vergessen. Ich bin dir gefolgt, Carlin. Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu holen. Die Reaktion seines Gegenübers war heftiger, instinktiver Widerstand. Nein! Ich werde niemals zurückkehren. Schau dich doch um! Wie könnte ich von hier fortgehen? In einer Million Jahre, in zwei Millionen Jahren, wenn ich mir alles Wissen angeeignet habe. Nein, Future, kein Wissenschaftler könnte sich das entgehen lassen. Future konnte sich der verhängnisvollen Anziehungskraft dieses Arguments kaum verschließen. Auch er verspürte die unwiderstehliche Verlockung der Unsterblichkeit, die bereits andere Menschen für Millionen Jahre an diesen Ort gekettet hatte. Diese Versuchung war zu stark. Vor der Verzweiflung spürte er, dass er ihr erliegen würde, wenn er nicht schleunigst nach Vulkan zurückkehrte. Er führte das einzige Argument ins Feld, das Carlins Entschlossenheit möglicherweise ins Wanken zu bringen vermochte. Wenn du hier bleibst, wird all das Wissen, das du dir angeeignet hast, unwiederbringlich verloren sein. Die Geheimnisse der Sonne, der Schlüssel zu den Rätseln des Universums wird hier mit dir gefangen sein, unerreichbar für die Menschen. Niemand wird hier davon erfahren. Sein Instinkt hatte ihn nicht getäuscht. Er spürte den Zweifel, der in Carlins aufgewühltem Geist aufzusteigen begann. Den Widerwillen auf der einen Seite und die Beharrlichkeit einer lebenslangen Geisteshaltung auf der anderen. Das Grollen im Herzen der Sonne umtoßte sie, während Future sich in Geduld übte. Schließlich gab Carlin widerstrebend nach. Ja, das ist wahr. Ich muss weitergeben, was ich erfahren habe. Und doch… Es brach aus ihm heraus, erbittert und voller Leidenschaft. Und doch, all dies aufzugeben, das ist deine Pflicht, Carlin. Carlin schwieg. Dann sagte er, Future, wenn ich wirklich gehen muss, dann kann ich nicht warten. Future wurde bewusst, dass Tardis noch immer an ihrer Seite schwebte. Und Tardis sagte zu ihnen, Kommt, ich werde euch führen. Die drei flogen aus dem Inneren der Sonne empor, glitten durch die goldene, vielfarbig gesprengelte Photosphäre, vorbei an den zornigen, purpurroten Gezeiten darüber, stiegen höher und höher. Schließlich ließen sie die rotierenden Schleier des Strahlenkranzes hinter sich und erreichten den offenen Weltraum. Benommen, die aufgewühlten Nerven bebend, entdeckte Future wie in großer Ferne die winzige, halbgeschmolzene Kugel des Vulkan. Er konzentrierte sich ganz auf ihn, denn er wusste, dass das kleinste Zögern ihm zum Verhängnis werden konnte. Beeilt euch, kleine Brüder! Ich kenne die Gefahr! Ich habe auch einmal versucht, zurückzukehren! Komm! rief Future Carlin verzweifelt zu. Er stürzte sich in den Abgrund des Weltraums und raste geschwind wie eine Sternschnuppe Richtung Vulkan. Mit der Kraft seiner Gedanken zwang er den zögernden Carlin ihm zu folgen. Zu viel war geschehen, fast mehr als Captain Future zu ertragen in der Lage war. Sein Geist war getrübt, zerrissen zwischen Erregung und dem Schmerz des Verlusts, ganz benommen von all den Bildern und Tönen, die das Fassungsvermögen menschlicher Sinne überstiegen. Wie in einem Traum rasten sie auf Vulkan zu. Sie folgten dem Strahl in die hohle Welt und nur flüchtig nahm Captain Future Dschungel, Hügel und Zitadelle war. Gemeinsam flogen sie durch die Rundbögen und schwebten hinunter in die Halbdämmerung der Hauptkammer, in der die Future Crew auf sie wartete. Carlin begab sich zuerst auf das Podest zwischen den dunklen Spiralen. Future sah, wie er das Energiefeld als zartes Flämmchen betrat und als Mann wieder verließ. Er wirkte benommen und geriet ins Taumel. Captain Future folgte ihm in das blaugrüne Licht. Dann verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stand er aufrecht. Es fühlte sich an, als sei sein Körper in Blei gegossen. Seine Sinne waren stumpf und das Leben in ihm zu einer winzigen Flamme verdunkelt. Otto rief ihm etwas zu. Gregs Stimme dröhnte ihm in den Ohren. Future, du bist zurückgekommen und du hast ihn mitgebracht. Philipp Carlin hatte das Bewusstsein wiedererlangt. Schwankend stand er in der Mitte des Gewölbes. Er betrachtete sich selbst. Sein Gesicht war totenbleich und es war so sehr von Verzweiflung gezeichnet, wie Future es noch nie im Gesicht eines Menschen gesehen hatte. Ich kann das nicht. Ich kann so nicht mehr leben. Ein geschlossenen bleischweres Fleisch. Nein! Noch während er sprach, taumelte er unbeholfen und hastig zu den hochaufragenden, goldschimmernden Spiralen des anderen Wandlers. Future sprang auf, um ihn daran zu hindern, doch seine Beine gaben nach und er fiel auf die Knie. Carlin, warte! Die Mine des Wissenschaftlers war vor Schmerz und Entschlossenheit verzerrt. Du warst nicht so lange dort wie ich, Future. Du verstehst nicht, warum ich zu diesem Leben, dem wahren Leben zurückkehren muss. Aber irgendwann, irgendwann wirst du es begreifen. Du wirst dich erinnern und vielleicht folgst du mir dann. Er warf sich auf das Podest, eine gelbliche Flamme zuckte empor und er warf fort. Ein kleiner, heller Stern schoss hinauf zu den Rundbögen. Ein lebender Stern, flink und frei und fröhlich, der dem Strahl zustrebte, der zur Sonne hinaufführte und unter ihm auf dem finsteren Boden der Zitadelle neigte Captain Future das Haupt und vergrub sein Gesicht in den Händen. Die Komete startete mit dröhnenden Düsen, beschleunigte und raste über den schwarzen Gürtel zu dem Spalt in der Kruste von Rücken. Captain Future saß am Steuercut. Er, der dem Strahl körperlos und frei gefolgt war, manövrierte nun das von Menschenhand gebaute Schiff dieselbe Bahn entlang. Sein Gesicht war vor Anspannung verzerrt und in seinem Blick lag ein fremder, gehetzter Ausdruck. Die drei anderen, die bei ihm auf der Brücke standen, schwiegen wie in stiller Übereinkunft. Future war geblendet und doch konnte er den Blick nicht von dem mächtigen Himmelskörper abwenden. Und er erinnerte sich. Würde er sich immer daran erinnern, wie er die unverhüllte Sonne und das Schlagen ihres Herzens gesehen hatte? Die Komete schoss vorwärts und hinter ihr schrumpfte Vulkan zusammen, bis der Planetoid schließlich verschwunden war. Ein winziger Fleck in den immerwährenden Feuern der Sonne. Musik